Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 26 2014. Die Google-Nexus-Reihe wird nicht durch die Android-Silver-Reihe ersetzt, sondern sie werden parallel existieren. Die Nachricht vom April, dass Google mit der Nexus-Reihe aufhört, war schlichtweg falsch. Google hat bestätigt, dass die Nexus-Reihe fortgesetzt wird. Für Google ist es wichtig, die Nexus-Reihe fortzusetzen, um zu zeigen, wie Android auf Geräten laufen zu hat. Die Android-Silver-Geräte werden praktisch wie Nexus-Geräte von anderen Herstellern sein. Also einfach Top-Smartphones, auf denen ein reines Android läuft. Damit bekommen sie auch sofort Updates. EA hat angekündigt, mehr Spiele mit AMD-Mantel zu bringen. Mit der Schaffung von AMD-Mantel EA möchte natürlich nicht, dass seine Idee verkommt und bringt deswegen selber Spiele mit AMD-Mantel heraus. Mit dabei sein werden das Battlefield 4 DLC zum Vollpreis Battlefield Hardline, das neue Dragon Age und Plants vs. Zombies, das besonders viel Leistung braucht. Zwinker. Mantel bringt am meisten, wenn man eine 500-Euro-Grafikkarte mit einer 30-Euro-CPU kombiniert. Das heißt, mit Mantel greift die GPU die CPU ziemlich unter die Arme. Es gibt Gerüchte zum Apples iPhone 6. Es wird scheinbar mit 32 und 64 GB erscheinen. Die 16 GB wird wohl gestrichen. Es wird spekuliert, ob dafür denn aber eine 128 GB-Version erscheinen wird. Es soll diesmal zwei Versionen geben. Einmal mit 4,7 Zoll und einmal mit 5,5 Zoll. Damit macht Apple einen ziemlichen Fortschritt, denn dadurch wird das Display größer und ein größerer Akku kann eingebaut werden. Außerdem munkelt man, dass der optische Bildstabilisator nur beim 5,5 Zoll Modell dabei sein soll. Wenn die neuen iPhones dann nicht mehr als 600 Euro kosten würden, könnte man sich also über fast nichts beschweren. Es gibt Hinweise darauf, dass eine AMD R9 295X erscheinen soll. Eigentlich ging man davon aus, dass die AMD R9 295X der Vollausbau des Hawaii XT-Chips sein soll mit 2816 Shader-Einheiten. Doch er soll scheinbar 3072 Shader-Einheiten haben. Somit soll dann die 295X der Vollausbau mit 3072 Shadern sein. Wenn diese Karte kommt, hoffe ich, dass AMD die Performance privat steigern wird. Also das heißt, nicht zu einem hohen Takt anstreben und dafür etwas an TDP sparen, aber trotzdem noch mehr Leistung als die 295X haben. Allerdings glaube ich, dass er weniger, da AMD mit der 295X lieber die 87Ti überholen will. Russland möchte nun eigene Prozessoren fertigen. Russland ist derzeit auf die US-Lieferanten AMD und Intel angewiesen und das mögen sie nicht so. Und deswegen kommen nun für Russland eigenentwickelte ARM-Prozessoren. Es kommen zwei Chips namens Baikal-M und Baikal-MS und sie sollen acht Kerne mit bis zu 2 GHz Takt haben. Geplant ist das gängige 28nm-Verfahren, produziert wird allerdings nicht in Russland. 2016 ist dann 16nm geplant, wo dann die Kerne auf 16 verdoppelt werden. Stecken sollen diese Prozessoren in PCs und Mikroservern, die sich auch die russische Behörde anschaffen wird. Als Betriebssystem wird ein modifiziertes Linux verwendet. Gründe, wieso sie dies tun, sind noch nicht klar. Allerdings geht man natürlich wegen der NSA-Affäre davon aus und das verlorene Vertrauen in die westliche IT. Das war's auch mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.